Das ist der erste Schnitt 2017 von der Hecke. Ein Jahr ist sie jetzt alt. Ein Jahr und ein Monat ungefähr. Nicht schön geschnitten an manchen Stellen sehe ich gerade, aber es ist aber nix. Da vorne ist sie ein bisschen niedriger, weil da die Weide stand. Leider wächst aber noch. Aber dafür ist sie hier schon schön hoch.